Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich dir, deshalb solltest du mit einer Kerze über deinen Wasserhahn reiben. Erstmal werden wir, einen Schwamm habe ich in der Mitte geschnitten und dann eine kleine Stücke Seife daran getan. Mit diesem Schwamm werde ich jetzt die Waschbecken richtig reinigen. Ich wollte einen neuen Tipp probieren, eine neue Idee. Damit kannst du Geld und Zeit sparen. Jetzt werde ich die Waschbecken kurz abspülen, abtrocknen und fertig. Wenn alles sauber ist, kannst du probieren mit diesem geniale Trick. Nimm eine helle Kerze und reibe über den Wasserhahn. Dann versiegelst du damit deine Wasserhahn. Und mit einem Tuch kannst du jetzt alles polieren. Die ganze Wachs kannst du polieren. Die abgeriebene Wachs kannst du polieren. Ich zeige euch. Wasser bleibt nicht mehr auf der Wasserhahn, sondern runter tropft. Das ist ein genialer Trick. Damit vermeidest du Kalkflecken von der Armaturen sich zu bilden. Probiere unbedingt diesen Trick einmal aus. ? Tage. Tage. να beh zach어나vумen. ��� Ich mache das, das Dich. Also ist das Dich. Das 5-9-10-20-10-16. Ich mache die. Die Hohnung.